Herzlich Willkommen zu einem weiteren Reaktion hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns den First Look at Gameplay Trailer von Still Wakes the Deep an. Ein Horror-Spiel, das ja auf einer Öl-Plattform im Meer spielen soll. Sah ziemlich interessant aus und heute gibt es eben den ersten Blick auf das Gameplay und ich würde sagen wir gehen einfach direkt hinein. Let's go! Da bin ich ja mal gespannt darauf was hier zu sehen ist. So viele hacker. What the fuck? Can you see the strange occe? die Sandkulisse finde ich schon mal ziemlich nice hört sich sehr authentisch an und das Wasser sieht auch verdammt gut aus schreit schreit Scheiße! Jesus Christ, what the fuck? Okay. Oh, is that ekelig. Mindestens ein Jumpscare kommt bestimmt noch. Still Wakes the Deep. Arriving early 2024. Okay, das sah ziemlich spannend aus. Ich bin gespannt wie es weiter geht, ob da noch mehr Videos folgen werden. Und, ja, Early 2024 geht noch ein bisschen. Das heisst dann wahrscheinlich irgendwie zwischen Januar und, keine Ahnung, April, Mai, irgend sowas. Bin gespannt darauf. Ich werde es mir sicherlich anschauen, sobald es draussen ist. Und, ja, von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss!